ja moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal willkommen zum video auf das ich mich im letzten jahr damit nicht kalender jahr gemeint sondern tatsächlich die zeitspanne ein jahr wahrscheinlich am meisten gefreut habe und vor dem ich mich am meisten fürchte ja ihr habt im unboxing gesehen es ist da mein neues tortuga v20 richtigerweise muss ich sagen unser neues tortuga v20 denn ohne sascha der gleichzeitig ja auch tuja knife europe ist wäre das gar nicht möglich gewesen ich habe es in allen möglichen videos schon erwähnt und werde nicht müde das auch weiter zu tun ohne saschas hilfe ohne saschas zutun ohne seinen einsatz und seine energie wäre dieses projekt wahrscheinlich niemals möglich gewesen von daher hier vorab bevor ich ins detail gehe auch da noch mal meinen ganz ganz herzlichen dank lieber sascha ja es war eine achterbahnfahrt das weißt du so gut wie ich es hat ein paar kleinere verzögerungen gegeben und ja ich kann es nicht anders sagen am ende ist doch alles gut gegangen ja tortuga v20 erlaubt mir dass ich die kärtchen aber seite tour alle relevanten links findet ihr selbstverständlich unten in der video beschreibung entschuldigt und auch wenn das jetzt hier eine herzensangelegenheit ist für mich und zwar das könnt ihr wörtlich nehmen werde ich natürlich versuchen so objektiv wie möglich an die sache ranzugehen also legen wir mal los vor geschichte unser erstes gemeinsames projekt gedanklich entstanden vor mittlerweile bestimmt vier jahren oder ein bisschen mehr ich bin mir gar nicht mehr sicher müsste man wahrscheinlich einfach mal im e mail verkehr beziehungsweise im nachrichten verkehr ein bisschen graben und nachforschen wie lange das tatsächlich her ist war das tuja blackbeard eine voll titan konstruktion verschiedene elemente die mich persönlich angesprochen haben die ich immer mal gerne sehen wollte kombiniert in einem messer ein bisschen lannys clip ganz klein bisschen saber style also militärsäbel was den griff beziehungsweise die griff position die haltung angeht alles in allem meiner meinung nach ein wirklich gelungener erster versuch die nachfrage ist nach wie vor hoch es gibt immer wieder leute die fragen wann denn endlich mal wieder ein blackbeard nach produziert würde in der form wie es hier ist werden wir das natürlich nicht machen genau wie beim tortuga in der v1 werden wir diese limitierten messer natürlich nicht einfach nach produzieren das wäre allen unfair gegenüber die sich dieses messer mit einer entsprechenden limitierung und vielleicht sogar einer wunschnummer damals gekauft haben dementsprechend seid versichert da werden man das werden wir nicht antasten wenn wir hier irgendwann die möglichkeit bekommen noch mal ranzugehen dann werden wir das ganze auch mit einer v2 0 machen und entsprechend etwas anpassen in details optisch materialmäßig wie auch immer also falls das irgendwann passieren sollte und ich lasse dahinter mal ein großes fragezeichen denn das liegt außerhalb meiner entscheidungskraft dann werden wir natürlich entsprechend daran gehen dass das tatsächlich dann nicht nur eine nachproduktion ist sondern tatsächlich eine neue auflage mit einer neuen limitierung die sich auch entsprechend genug vom ursprünglichen modell unterscheidet ja ursprüngliches modell war dann auch das erste tortuga hier in der version mit dem braunen mikata carbon fiber bolster war damals ein herzenswunsch von mir ich mochte das design die rustikalen griffschalen mit dem modernen der carbon fiber bolster das gibt dem ganzen meiner meinung nach einen ganz besonderen charme von vielen leuten gefeiert von anderen kritisiert der draht clip ich liebe den draht clip einfach ist für mich der funktionalste clip auf dem markt nach wie vor deswegen haben wir den natürlich auch bei der v20 beibehalten alles in allem finde ich das teil nach wie vor mega gelungen die handlage ist super die schneideigenschaften sind super die verarbeitung ist richtig gut es gab natürlich kleinigkeiten die wir gerne ein bisschen verändert gesehen hätten wir haben dann natürlich auch versucht so gut es geht mit der v20 einfluss zu nehmen aber alles in allem war das tortuga damals meiner meinung nach und ich muss natürlich vorsichtig sein denn das ist auf meinem mist gewachsen definitiv ein gelungenes taschenmesser ich bin froh dass das die leute die es gekauft haben größtenteils auch so sehen es war also tatsächlich nicht nur wunschdenken dass das teil was kann sondern uns ist da wirklich was gelungen ja das mikata ist optisch anders als das was wir erwartet hätten beziehungsweise das was viele in der szene erwartet hätten wenn sie mikata hören oftmals ist ein od green ja das maß der dinge dann kommen andere taschenmesser daher haben dann natural canvas oder vielleicht auch mal ein denim mikata was ich selbst unglaublich gerne mal an dem modell sehen würde also ich glaube ein denim mikata wäre traumhaft schön aber das ist natürlich wie so oft dann der fall dass du nur mit dem arbeiten kannst was ihren hersteller anbietet und ja leider gehörte denn mit dem mikata nicht zum angebot dazu weswegen wir uns dann am ende in der neuauflage für die versionen in grünem mikata in braunen mikata oder natural und schlussendlich in einer version mit papier mikata und damast beziehungsweise sogar damakor klinge entschieden haben dazu gleich mehr jetzt nehme ich einfach mal die beiden alten modelle aus dem bild raus und wir schnappen uns die kleine box die dort liegt das ist die box in der bis jetzt alle modelle ausgeliefert wurden in der ersten serie des blackbeard war mein kleines logo mit dem anker sogar noch auf die box geprägt gelasert ich bin mir nicht ganz sicher wie sie es gemacht haben fand ich ein super schönes nettes detail ist bei den späteren nicht mehr so gewesen den grund kenne ich nicht allerdings ist das tatsächlich zu verkraften mittlerweile haben wir unter der box dann noch ein aufkleber das ist jetzt falsch rum verzeiht mir style brown mikata und es ist die serie nummer 000 daran erkennt man dass es meins ist also nicht wie bei mike stewart das ist das black canvas markata ist kosten das one ist mein hier ist es dann immer gemarkt die null oder doppel null oder dreimal null und das sage ich jetzt ganz bewusst und in aller deutlichkeit bei meinen drei modellen handelt es sich um vor serien modelle das waren die produkte vom einstellen der maschinen hier ist tatsächlich beim einer beim einen oder anderen detail noch nicht alles so wie es endgültig bei den ausgelieferten modellen ist das sage ich dazu weil es vielleicht eine kleinigkeit gibt die dem ein oder anderen von euch gleich beim anschauen der videos dann auffallen wird deswegen sage ich es vorab und ich werde auch gleich noch mal im detail darauf eingehen was das ist nicht dass da am ende offene fragen bleiben und leute dann das video schauen und sagen hier hat er uns aber was verschwiegen das wird definitiv nicht passieren lieferumfang messer im beutelchen kleines mikrofasertuch recht abharten farbe ja was soll's ne ist dabei und gut ist benjamin belkin von jack wolf knives macht das besonders gut da wechseln die farben der tücher das finde ich großartig das ist halt der standard ne so und hier ist das tortuga v20 holen wir doch die braune version 1 mal dazu legen das einfach mal hier auf den tisch und dann seht ihr schon grundlegend haben wir bei mikata ernen karamellton ist es wesentlich glatter als in der ersten version die bolster sind aus titan und im vergleich zur ersten version nicht einfach nur auf titan liner aufgeschraubt sondern in dem fall tatsächlich eine integrale bauweise das heißt bolster und platinen sind aus einem stück das ist quasi eine ausweisung vorhanden für die mikata griffschale und dies auf diese integrale titan bauweise aufgesetzt haben wir in letzter zeit bei einigen messern gesehen finde ich großartig das so zu machen spart bauteile und erhöht die stabilität die sollte hier durchaus gegeben sein was ihr jetzt vielleicht schon feststellt ist dass die rückenfeder hier nicht ganz hundertprozentig sitzt hier ist also eine winzig kleine erhebung zu den schalen und den bolstern hin also die sitzt minimals zu tief ansonsten aber im großen und ganzen auch schon sehr schön eingepasst der abschluss der rückenfeder hinten top klingen stand absolute perfektion auch bei meinen vorserien modellen clip mit ausreichend spannung ich würde sogar sagen mit einer sehr guten spannung manchmal sind die draht clips etwas weich und etwas flimsi das ist hier definitiv nicht der fall spannung ist definitiv top pull bei der klinge vorserien modelle ich erwähne es noch mal ist etwa eine viereinhalb das heißt bewegt sich irgendwo mittelfeld wir haben einen definierten half stop und sauber einrastende klinge bzw rückenfeder im geöffneten zustand hier steht die rückenfeder dann auch besser als im geschlossenen zustand hier ist dann tatsächlich absolut plain die satinierung der klinge ist wieder von hand erfolgt das logo aufgelasert selbstverständlich wie sich das gehört auf der show side der anker mit der 18 78 und selbstverständlich tuja logo und jetzt noch ein bisschen öl s 35 vn als klingenstahl gemarkt auf der rückseite alles in allem finde ich die version mit den titan titan bolstern absolut mega gelungen die handlage ist quasi identisch du hast allerdings es wird nicht viel sein es sind wenige gramm trotzdem das gefühl dass das messer noch ein ganz klein bisschen mehr grifflastig geworden ist vielleicht ist es dann auch tatsächlich nur dass hier halt weiß ich nicht 45 gramm gewichtsunterschied sind bei den bolstern vom carbon zum titan das ganze noch flutet um es ein bisschen optisch aufzulockern fand ich auch sehr wichtig dass so ein detail noch mit reinkommt ich finde das macht wirklich den unterschied ansonsten wie ihr es gewohnt seid die möglichkeit in den vorgriff zu gehen dass ricasso also relativ ausgeprägt schleifkerbe swatch grind etwa 60 prozent des anschliffs mit swatch versehen die genau in der klingenspitze ausläuft das ist auch sehr gut gelungen und der klassische long pull als nagelhau in anführungszeichen wobei es auch hier wieder so ist dass die klinge so weit aus dem heft heraus steht dass du hier überhaupt keine probleme hast ein pinch grip zu machen und die klinge zu öffnen bzw aus dem heft zu drehen so war es geplant funktioniert einwandfrei für mich ist der long pull fast schon ein optisches detail und eine reminiscenz an die klassischen taschenmesser vergangener tage wie gesagt vorgriff ist möglich für detailliertes arbeiten für feineres arbeiten der klingenrücken trotz der relativ schlanken klinge bietet immer noch ausreichend auflage für den daumen wenn du hier dann noch ein bisschen druck ausüben möchtest das funktioniert auch einwandfrei ansonsten ganz normaler ich nenne immer den den kurzen fechtgriff das funktioniert mit dem messer einwandfrei gehe ich hier in den hammer grip dann ist das wie bei fast allen taschenmessern für mich dann eher drei finger griff das soll aber niemanden täuschen wenn du das messer locker greift und für die alltäglichen arbeiten ist das halt normalerweise der griff dann funktioniert das hier einwandfrei der mittelfinger wird hier durch die mulde beziehungsweise durch die erhebung einigermaßen abgestützt ich will nicht sagen dass das wie ein subhilt funktioniert aber es funktioniert wie ein subhilt das heißt hier hast du dann auch tatsächlich so ein ganz klein bisschen feedback das gleiche funktioniert dann am griff abschluss hinten für den kleinen finger hier kriegst du also doppelt noch mal ein bisschen halt auf die finger wenn du deine arbeiten verrichtet und wenn du nach vorne greifst funktioniert das ganz genauso also das ist alles meiner meinung nach richtig gut geworden du setzt dich anfangs halt hin mit einem blatt papier und einem bleistift und versuchst die ein oder andere idee aufs papier zu bringen und am ende kommt eine zeichnung bei raus von der du überzeugt bist das muss funktionieren ob es dann wirklich funktioniert das siehst du dann halt erst wenn das fertige teil dann irgendwann aus der fabrik kommt und du es in den händen hältst und dann entweder denkst okay das hat funktioniert oder halt enttäuscht bist weil du denkst da hätten wir einiges besser machen können hier an diesem modell wüsste ich gerade tatsächlich nichts was ich komplett ändern würde ja bei meinen modellen finde ich die rückenfeder nicht stramm genug eine 6 hätte ich schöner gefunden aber wie gesagt vorserie die rückmeldung von den leuten die ihr modell schon bekommen haben sind durchweg positiv das freut mich wirklich sehr sascha hat mir videos geschickt klingengang und auch der sound dazu absolut perfekt das freut mich dann umso mehr ich bin einfach nur mega mega stolz auf das ergebnis anderer grund zur freude komme ich gleich noch zu jetzt das was ich vorhin angesprochen habe das nicht alles bei den vorserienmodellen so 100 prozent ist weil es tatsächlich dann aus einer phase stammte als die maschinen noch ein bisschen angepasst wurden auf die produktion deswegen ist hier beim grünen zum beispiel hinten der spalt zwischen der rückenfeder und der platine das ist allerdings dann auch das einzige was hier so ein bisschen auffällt dass die spaltmaße nicht 100 prozent korrekt sind ansonsten auch hier fantastischer klingen gang klingen stand absolut top ja also wirklich 100 prozent mittig ich habe es beim anderen modell eben noch gar nicht gezeigt der anschliff absolute sahne der ist absolut 100 prozent perfekt auf beiden seiten wunderschön symmetrisch ich muss schätzen material hinter der phase irgendwas unter 0,4 das heißt dünn genug um absoluter slicer zu sein aber immer noch genug material hinter der phase dass man auch ein bisschen was wegstecken kann damit kannst du dann auch tatsächlich mal ein bisschen im hartholz rum schnitzen ohne dass du angst haben muss hier bricht schon was aus der klinge raus und der s 35 vn ist ja auch einigermaßen tough das heißt mit der materialstärke und diesem stahl sollte eigentlich genug reserve vorhanden sein dass man da auch einfach mal ein bisschen mit arbeiten kann das ist jetzt nicht der hard worker hard user gibt für jede aufgabe das perfekte werkzeug das ist halt ein edc das heißt die durchschnittliche aufgabe ist dann mal ein paket öffnen mal die pappe zerkleinern eine blisterverpackung den apfel schneiden meinetwegen auch mal in der küche auslösweise die lebensmittel schneiden was auch immer das sind die aufgaben die so ein edc zu bewältigen hat und dementsprechend haben wir halt die details gewählt ja und dann kommen wir zum schmuckstück zum höhepunkt dieser präsentation dieses videos die blaue mauritius in gelb ja wir haben uns entschieden eine version in der mast aufzulegen limitiert 50 stück weltweit von den anderen beiden gibt jeweils 125 stück zu beziehen selbstverständlich beim sascha writing turning flipping beziehungsweise tuya europe die links natürlich in der video beschreibung ein teil davon geht auch wieder in die usa schöne grüße gehen raus an dave warren tuya knife us beziehungsweise us dann und ich weiß nicht ob die information stimmt er sagte dass auch white mountain knives und blade hq wohl ein paar der modelle bekommen sollen für ihre shops lasse ich jetzt einfach mal so stehen wenn das passieren sollte ist natürlich ja mega also nicht über umgelegte eier sprechen warten wir mal ab was passiert also diese version hier das papier mikata die vg 10 damakor klinge das heißt wir haben hier tatsächlich mantellagen die eine härtere schneidlage umfassen wunderschön gezeichnet die schneidlage perfekt zentriert das sieht man an dem muster auf beiden seiten wie dann unten die dunkle fläche sehr gleichmäßig rauskommt wir können es auch hier americasso unterhalb sehen wie schön mittig die die schneidlage sitzt absolut perfekt hier unten übrigens gemarkt die dreimal null ich hoffe ihr könnt das sehen bei den anderen modellen selbstverständlich exakt die gleiche position also hinten auf der klingenwurzel unterseite habt ihr die serie nummer gemarkt ja und dann haben wir hier noch das tuya logo und den anker mit der 1878 sich natürlich auf dem damast kaum zu sehen das ist schon ein bisschen rates spiel hier ein bisschen where's waldo aber nichtsdestoweniger wenn man weiß dass es da ist sieht man es natürlich auch direkt in der kombination der dunkle damast mit der hellen mit dem hellen griff papier mikata gibt es ja auch sehr viel bei japanischen küchenmessern der vg 10 damast ist ja eigentlich auch ein japanischer alles in allem schon sehr 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 stimmiges thema ich finde die mit abstand schönste version eines taschenmessers das bis jetzt mit meinem logo drauf erschienen ist auch da wieder mein riesen dank raus an sascha dass er das möglich gemacht hat dass er dass er offen war für diese idee sind jetzt 50 stück geworden ich glaube 30 sind für europa 20 für nordamerika und ja alle die jetzt hier heiß drauf sind die muss ich leider enttäuschen ich glaube schon vor veröffentlichung dieses videos waren die versionen mit damast schon ausverkauft ja alle die das jetzt sehen und sich jetzt gerade auf die zunge oder auf die lippe beißen weil sie dieses modell halt nicht mehr kriegen können das tut mir wirklich wahnsinnig leid wir konnten nicht damit rechnen dass es so unglaublich gut aussieht das haben wir zwar gehofft aber du rechnest ja nicht damit beziehungsweise du ja gehst nicht einfach davon aus und dann konnten wir auch tatsächlich nicht damit rechnen dass es so unfassbar gut bei euch ankommt dafür ja dicke sorry an alle die jetzt keins kriegen von dieser version glückwunsch an alle die eins bekommen haben und ja es ich bin einfach nur super happy dass es gerade so läuft wie es läuft dass also die version damakor mit papier mikata und natürlich der integralen titan bauweise alles andere natürlich also formfaktor et cetera wie bei den anderen modellen auch was ich jetzt gerne machen würde ist einfach noch mal schauen ach so geschlossen etwa vier zoll klingenlänge drei ein viertel zoll also knapp über acht zentimeter klinge knapp über zehn zentimeter geschlossen und etwa 18 1 halb zentimeter gesamtlänge das gewicht von den messern würde ich mir jetzt gerne mal im vergleich anschauen zum einen die drei neuen modelle wie sich das papier mikata von den anderen beiden versionen unterscheidet und ob die erste version tatsächlich wie das gefühl in der hand ist halt ein stück leichter war als die neue das schauen wir uns jetzt auf jeden fall noch an und blick auf die uhr jetzt schon 22 minuten meine güte dann entlasse ich euch auch mal in den sonntag abend das ist jetzt gerade sonntag die natürlich werden nicht alle das video heute schauen das weiß ich auch aber ja da muss auch mal gut seine aller euphorie zum trotz werden wir das ding dann mal gleich beenden so schauen wir mal ja nee okay jetzt steht stabil schauen wir uns mal die ursprünglichen versionen an häufiger getragen ein bisschen abgenutzt die version in grün kam damals mit etwas über 76 gramm 76,2 braun 75 4 tatsächlich das leichtere warum auch immer 75 4 und 76 2 braun ist mikata oder natural etwa fünf gramm also vielleicht sogar was hatte ich jetzt eben gesagt 76 also sagen wir sagen wir mal grob gepeilt fünf gramm unterschied 81 7 zu 80 7 noch mal ein gramm schwerer das grüne tatsächlich also etwa die von mir vermuteten fünf gramm schwerer und das papier mikata wirkt einfach unglaublich dicht ob es jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen schwerer ist schauen wir uns an nee liegt genau dazwischen mit 81 2 also da kein großer unterschied wenn was jetzt einfach mal runden liegen die taschenmesser um die 80 gramm für ein messer mit etwas über acht zentimeter klingenlänge und 18 1 halb zentimeter gesamtlänge finde ich ist das ein vollkommen akzeptabler wert vielleicht sogar ein sehr guter wert das müsst ihr dann entscheiden wie jeder eure prioritäten setzt im edc ich finde 80 gramm ist quasi ja sweet spot könnte man es nennen für ein edc taschenmesser das tuya tortuga v20 ich bin einfach so happy dass es jetzt raus ist dass es auf dem markt ist dass ihr die möglichkeit habt eins zu bekommen dass der ganze stress abfällt das ganze warten all das was damit zusammenhängt wenn so ein produkt so ein projekt in der mache ist all das ist jetzt abgefallen ich halte in händen und kann einfach noch nicht glauben dass es soweit ist andererseits ist natürlich auch so ein punkt erreicht diese eine straße dieser eine weg ist dann zu ende und man überlegt sich dann wo biege ich jetzt als nächstes ab in welche richtung bewegen wir uns als nächstes paar ideen haben wir schon laut besprochen ich werde jetzt nicht mehr darauf eingehen was das ist oder was das sein könnte lasst euch da einfach mal überraschen wir werden wenn wir tatsächlich das nächste projekt gemeinsam angehen werden wir euch natürlich rechtzeitig informieren ich werde dann sicherlich in einem meiner videos schon mal eine andeutung fallen lassen dafür ist es aber jetzt definitiv noch zu früh wie gesagt ideen sind da gucken wir einfach mal was draus wird für jetzt einfach meinen riesengroßen dank an alle die geduldig gewartet haben man alle die vorbestellt hatten an alle die nach meinem kleinen unboxing schon gekauft haben die messer sind jetzt fünf oder sechs tage verfügbar wie gesagt die damast version ist schon ausverkauft die messer laufen tatsächlich richtig richtig gut das feedback der leute ist echt positiv falls ihr euch bei instagram oder facebook in den entsprechenden gruppen herumtreibt und ihr habt ein modell erwischt würde ich mich natürlich sehr über eine markierung und ein foto freuen mit eurer erlaubnis dann werde ich auch das ein oder andere besonders gelungene bild dann auch mal auf instagram teilen in der story oder so mit ein bisschen musik hinterlegt das macht immer besonders viel spaß finde ich ja von daher wenn ihr eins ergattert habt lasst mich auf jeden fall wissen wie es euch gefällt teilt die bilder spread the message wie man so schön sagt verbreitet einfach die botschaft dass es da ist dass es noch verfügbar ist solange es noch verfügbar ist ich bin einfach nur richtig happy ich glaube für sascha und jenny sprechen zu können die zwei sind auch richtig glücklich mit dem resultat was ich jetzt am ende doch noch erwähnen muss ist schaut euch einfach mal die shop seite zum tortuga an und lasst einfach mal ein bisschen liebe da was jenny und sascha sich immer für eine mühe geben mit den produktbeschreibungen mit den texten das ist hier unglaublich das nötigt mir echt den größten respekt ab so detailverliebt und so schön formuliert das habe ich noch auf keiner anderen shop seite in dieser form gefunden und da spreche ich nicht nur von der messerwelt sondern ganz allgemein von daher auch da noch mal riesengroßen respekt und vielen vielen dank für die mühe die ihr euch gebt das zeigt einfach wie sehr ihr auch hinter euren eigenen produkten steht und dass das nicht einfach nur business ist sondern tatsächlich auch liebe zum produkt in diesem sinne bevor wir dann tatsächlich noch die halbe stunde knacken tuja tortuga v20 greift zu freunde das ist mal eine riesengroße freude das ende dieser achterbahnfahrt ist erreicht und wir suchen uns jetzt einfach das nächste fahrgeschäft aus und gucken mal an was dieser right dann bringen wird in diesem sinne euch allen einen schönen tag schönen abend wann immer hier das video schaut und ich sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bei bei bis dahin bei 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 bei